hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wir machen heute wieder eine prüfungssimulation heißt also ich zeige dir 30 originale prüfungsfragen aus deiner theoretischen führerschein prüfung doch bevor das video losgeht möchte ich noch auf eine frage von euch antworten die mir wirklich sehr häufig gestellt wird und zwar wie bekommst du diese lernhilfen von denen ich immer geredet habe ich habe ja zwei video kurse entwickelt einmal den leitfaden zum führerschein und einmal den video kurs klasse b und für den motorrad führerschein und das auto jeweils ein hörbuch mit den fragen und richtigen antworten wenn du unterstützung brauchst beim lernen dann schau doch mal unter den videos in der beschreibung kann man ausklappen und dann siehst du hier die jeweiligen links und dann kommst du zu den jeweiligen produkten was mich auch sehr oft gefragt wird ist wie heiße ich denn auf instagram letzter link in der beschreibung ist der instagram link dann haben wir noch einen discord link da kannst du auch gerne mal reinschauen also auf jeden fall immer unter den videos in der rubrik mehr anzeigen gehst du zu deiner theoretischen führerschein prüfung schaut die prüfung genauso aus wie hier auf meinem bildschirm du kannst zwischen jede frage kann zwischen zwei und fünf fehlerpunkten geben hast du mehr als zehn fehlerpunkte gilt die prüfung schon als nicht bestanden hast du zwei fragen mit jeweils fünf fehlerpunkten falsch gibt ja in summe auch zehn aber da bist du dann leider auch schon durch die prüfung gefallen denn das sind sehr vorfahrtsrelevante sehr wichtige fragen und da bist du mit zehn punkten leider auch schon durch wir haben 45 minuten zeit für die prüfung ich werde die fragen und antworten immer vorlesen lassen du bekommst in der prüfung 20 fragen aus dem grundstoff und zehn klassenspezifische in dem fall für die klasse b also für das auto also machst du den autoführerschein dann bleibt bis zum ende dran das sind die zusatz fragen die kommen erst am ende des videos was führt häufig zu schweren unfällen ein fahren mit zu geringem abstand eine mangelhafte beobachtung des verkehrs eine unangepasste geschwindigkeit gut natürlich alle antwort möglichkeiten sind hier richtig aber die häufigste unfallursache ist tatsächlich überhöhte geschwindigkeit du weißt ja du darfst außerorts maximal 100 km h schnell fahren wenn da vorne eine kurve kommt dann liegt es an dir dass du gang und geschwindigkeit vor der kurve anpasst also nur weil 100 km h oder dann schild steht mit 80 nur weil da 80 erlaubt sind heißt es nicht dass du da 80 in die kurve rein brettern musst also überholte geschwindigkeit auf jeden fall zu wenig abstand zum vordermann seiten abstand und so weiter und natürlich auch mangelnde verkehrs beobachtung ist übrigens auch ein durchfallgrund in der praktischen prüfung wenn du die spiegel nicht oft genug benutzt dann sieht es der prüfer das ist ja rechts hinter dir damit er auch so von hinten sehen kannst wo du dahin schaust also immer und immer wieder ein blick auf jeden fall in den innen spiegel und zum abbiegen natürlich auch in den außen spiegel damit er auch sieht dass du die ganze sache unter kontrolle wie sollten sie sich bei diesen sichtverhältnissen verhalten okay wir haben hier eine leichte steigung also eine kuppe dahinter sehen wir sonnenaufgang sonnenuntergang wir können also nicht erkennen was sich hinter dieser gruppe befindet vielleicht eine kreuzung vielleicht ein liegen gebliebenes fahrzeug vielleicht ein stau gegen verkehr wer weiß das schon ich orientiere mich am rechten fahrbahnrand ich reduziere meine geschwindigkeit ich schalte das fernlicht ein also geschwindigkeit reduzieren ist immer die richtige antwort möglichkeit ansonsten natürlich nie in den lichtkegel schauen das ganze auch wenn du nachts unterwegs bist oder im tunnel nie in den gegenverkehr schauen sondern immer rechts zum fahrbahnrand fernlicht anschalten bringt natürlich gar nicht worauf sollten sie sich in dieser situation einstellen gut rechts kind mit hund wer hat so eine situation schon erlebt schreibt in den chat rein ich war vielleicht so weiß nicht war ich im kindergarten ja kann schon sein so 45 dann war so fünf jahre alt wir hatten einen hund gehabt von einem onkel von mir und ich bin so mit dem so ein bisschen im hof so rum gegangen auf einmal hat er bei der mutter gesehen und der hund ist einfach losgerannt und hat mich an der leine ich habe halt festgehalten hat mich an der leine hinterher gezogen in dem fall ist die katze auf der anderen straßenseite also da fragt sich natürlich wer hier mit wem dass sie geht der hund wird von dem kind sicher unter kontrolle gehalten der hund läuft auf die fahrbahn und zieht das kind hinter sich her der hund reißt sich los und das kind läuft hinterher ja gut das kann auch passieren ja also zwei und drei auf jeden fall sie sollen ein ihnen unbekanntes kraftfahrzeug fahren warum müssen sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein okay also zum beispiel ein fahrzeug vom freund freundinnen von den eltern oder vielleicht von einem arbeitskollegen vielleicht vom betrieb selber der chef sagt zu dir ach fahren sie doch mal dahin holen sie mal die ordner ab oder sowas und du hast ja einen führerschein und dementsprechend solltest du dich natürlich erstmal über das fahrzeug so ein bisschen mit dem fahrzeug ein bisschen vertraut machen auf jeden fall denn ich weiß möglicherweise zu wenig über die besonderheiten im lenkverhalten ja also jedes lenkrad lässt sich ja unterschiedlich stark drehen beziehungsweise unterschiedlich du musst manchmal mehr manchmal weniger kraft aufwenden und das solltest du auf jeden fall vor der fahrt mal ausprobieren ich weiß möglicherweise zu wenig über die besonderheiten im bremsverhalten genau bei der bremse ist dann ganz genau das gleiche wenn du ein etwas älteres fahrzeug fährst meistens versuch mal die bremse im stand wenn der motor aus ist ganz durch zu drücken so weit wie es geht am besten pumpst du erst mal das vakuum aus dem bremskraft verstärker und drückt dann mal kräftig auf die bremse dann muss die bremse fest sein und darf nicht nachgeben das ist auch etwas was der prüfer in der praktischen prüfung als technische frage stellen kann wie du das kontrolliert dass die bremsflüssigkeit in ordnung ist beziehungsweise die bremsleitungen keine risse haben dass die bremse in ordnung ist ja die mussten festen druckpunkt haben und darf dann nicht darüber hinaus gehen ich weiß möglicherweise zu wenig über die besonderheiten in der anordnung und der funktion der bedienelemente ja würde ich jetzt auch ankreuzen im grunde sind ja überall die knöpfe und sowas ähnlich blinker immer links rechts der scheibenwischer jetzt kann es natürlich sein wenn du in einen italiener einsteigst oder in ein ja in ein exoten oder sowas dann kann es sein dass das licht nicht unter der lüftung ist als rädchen sondern dass du es auf dem blinker hebel hast sowas zum beispiel oder dass das waren blinglich nicht da war wo es bei deiner fahrschule war das kann an jeder hersteller so ein bisschen variieren aber grundsätzlich kannst du immer wissen das ist unten rechts kupplung unten links bremse in der mitte und das lenkrad sollte wenn es geht auch auf der richtigen straßenseite sein auf der richtigen fahrzeugseite aber kleine unterschiede gibt es ja worauf müssen sie sich hier einstellen okay also erst mal haben wir eine kreuzung wir sehen nichts wir haben büsche davor dementsprechend sollten wir ganz langsam hinfahren bedingt auch dem regen sollten wir vielleicht sogar den ersten gang einlegen also mit schritt geschwindigkeit ranfahren uns kommt ein bus entgegen wir haben auch noch ein gefahrenzeichen engstelle also da kommt ja einiges auf uns zu schauen wir mal was sie verantwort möglichkeiten haben auf eine verengte fahrbahn auf ein von rechts kommendes fahrzeug auf einen verlängerten bremsweg ja habe ich ja alles schon gesagt also alle drei sind hier richtig warum ist man nach dem konsum der droge crystal meth fahruntauglich weil die eigene leistungsfähigkeit überschätzt werden kann weil plötzliche erschöpfung eintreten kann weil wahnvorstellungen auftreten können gut also wir gehen natürlich von immer vom schlimmsten aus und dementsprechend kreuzen wir alle drei antwort möglichkeiten an was kann die fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie alkohol okay also alkohol macht ja meistens eher so ein bisschen müder mit der zeit medikamente drogen erfrischungsgetränke ja also da wollen sie wahrscheinlich auf die auf die beruhigende wirkung ansprechen und dann immer auf jeden fall medikamente und drogas warum müssen sie hier besonders vorsichtig sein ja ähnliche situation wir haben lauf auf der straße dementsprechend auf jeden fall auf der rechte auf der rechten seite dementsprechend könnte unser bremsweg länger sein aber auch der bremsweg von dem fahrzeug das von rechts kommt wir haben keine verkehrszeichen also gilt natürlich die regel rechts vor links ja wir fahren einfach vorsichtig hin zweiter gang bremsbereit wie immer weil ein fahrzeug von rechts kommen könnte genau weil beim bremsen erhöhte rutschgefahr besteht ja weil das von links kommende auto vorfahrt hat hat das nicht nein rechts vor links wir sind rechts vor dem roten dementsprechend dürfen wir zuerst fahren okay video gibt vier fehlerpunkte was wollen wir machen wollen wir links abbiegen ich glaube wir wollen links abbiegen ja wir wollen links abbiegen ramban kommt von rechts kommt auch ein fahrzeug das fahrzeug von rechts interessiert uns ja absolut nicht da wir ja ein vorfahrt gewähren dass da er ja ein vorfahrt gewähren hat wir dementsprechend auf der vorfahrtstraße sind aber da wir links abbiegen wollen müssen wir der straßenbahn in dem fall vorrang gewähren so weshalb müssen wir hier anhalten wegen des radfahrers nein wegen der straßenbahn da ist sie ja nur wegen der straßenbahn wir wollen abbiegen straßenbahn fährt geradeaus wir kreuzen uns mit der straßenbahn wir müssen warten fahrzeug von rechts muss warten weil es ein vorfahrt nehmendes verkehrszeichen hat wer muss an einem andreas kreuz mit rotem blinklicht in form eines pfeiles nach rechts warten okay also sagt uns das rechts wenn du rechts abbiegen möchtest ein bahnübergang kommt rechts abbieger ja das war's drei fehlerpunkte die sind ja geschenkt musste er halt verbildlichen ja andreas kreuz darunter ist ein pfeil nach rechts wenn du rechts abbiegen möchtest bahnübergang schienenverkehr hat vorrang fünf fehlerpunkte video mit fünf fehlerpunkten es geht wahrscheinlich um den bus der gleich stehen bleibt also man kann es nicht pausieren aber ich kann es noch mal zurückspulen lassen der bus wird irgendwann stehen bleiben da kommt eine haltestelle ich würde jetzt mich daran machen auf den linken fahrstreifen zu wechseln sowie der mercedes hinter uns weil jetzt passiert nämlich folgendes jetzt hast du die arschkarte gezogen ja weil jetzt musst du bremsen jetzt fährt ein auto neben dir jetzt musst du runterschalten jetzt musst du schauen die geschwindigkeit anpassen das ist jetzt das hättest du dir alles sparen können alleine einfach nur weil du diese situation siehst links neben dir ist frei ich würde jetzt auf jeden fall auf den linken fahrstreifen rüber ziehen du weißt es fährt ein bus vor dir der bus hält an haltestellen und dann wirst du ein problem bekommen ich werde ja mal gefragt was macht einen guten fahrer aus auf jeden fall so was zu sehen und dementsprechend frühzeitig zu handeln wenn du in der fahrschule bist dann konzentrierst du dich ja meistens erstmal nur auf dich selber die ersten paar fahrstunden bis du das gefühl haben dass das auto dich fährt und nicht du das auto und irgendwann lernst du immer mehr dazu dann kannst du das auto auch richtig bedienen und dann solltest du irgendwann mal sowas erkennen es wird wahrscheinlich nicht in deiner fahrschulzeit sein weil du in einer fahrschulzeit nur ungefähr 600 kilometer hinter dich bringst ein fahrlehrer macht das in zwei tagen oder ein taxifahrer also du hast ungefähr das gesehen das mitbekommen im straßenverkehr was ein ein fahrlehrer oder ein taxifahrer in zwei tagen erlebt von dem her das richtige lernen richtige fahren wirst du erst nach der fahrschule lernen genau dementsprechend auch sowas hier aber ich gibt es natürlich gerne mit auf den weg so wie verhalten wir uns jetzt richtig wenn wir in so einer scheiß situation sind ich wechsle den fahrstreifen ohne sofort zu überholen das wird nicht gehen weil er links neben uns ein fahrzeug fährt überhole den bus mit mäßiger geschwindigkeit ich bleibe zunächst hinter dem bus also wir bleiben zunächst hinter dem bus da der bus mit warnblinklicht an einer haltestelle steht ist es ja kein überholen sondern ein vorbeifahren ich überhole den bus mit mäßiger geschwindigkeit er hat ja auch warnblinklicht an ja nee 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 das kreuzen wir nicht an also es gibt den unterschied zwischen überholen und vorbeifahren überholt wird an einem fahrenden hindernis also wenn einer langsamer fährt als du und vorbeigefahren wird an einem stehenden hindernis also wenn der bus an einer haltestelle steht dann wird daran vorbeigefahren und überholen wäre ja wenn der bus losfahren würde und das dürfen wir nicht sie wollen aus einem grundstück über den gehweg auf die fahrbahn einbiegen worauf müssen sie achten also kurz gesagt du fährst aus deiner hof ausfahrt raus gegebenenfalls ist ein einweisen erforderlich immer zuerst auf den fließenden verkehr auf der fahrbahn achten habe ich schon gesagt wenn da immer zuerst oder nur irgendwie steht dann ist das schon mal die falsche antwort verkehrsteilnehmer auf dem gehweg dürfen nicht gefährdet werden genau denn du fährst ja aus deinem hof raus dann kommt erst mal der radweg der fußgängerweg und dann kommt der erste fließenden verkehr und dementsprechend wenn du nicht sehen kannst brauchst du auch ein einweiser der durch winkt und sagt hey stopp da kommt noch einer wenn du nichts siehst brauchst du auf jeden fall eine person die durch einweist wo ist das halten verboten auf einfädelungs und ausfädelungs streifen also auf der autobahn praktisch auf markierten fahrstreifen mit richtungspfeilen genau weil dann können ja die anderen nicht sehen wo sie sich zum abbiegen einzuordnen haben vor ein und ausfahrten von grundstücken achtung haben wir glaube ich im stream am dienstag besprochen dass das halten genau im stream halten und parken war das habe ich ja erklärt dass du an grundstück aus ausfahrten halten darfst aber nicht parken hier geht es um das halten und dementsprechend dürfen wir vor grundstückseinfahrten ausfahrten auf jeden fall halten sie möchten an einem linienbus vorbeifahren der an einer haltestelle angehalten hat was müssen sie beachten vorbeifahren weil er hält okay so hier steht nichts von wegen waren blinklicht es gibt ja so gewisse regelungen mit waren blinklicht ohne waren blinklicht fährt er mit waren blinklicht oder steht er blinkt er nur links blinkt er nur rechts das musst du auf jeden fall wissen wie du dich dazu verhalten hast falls du es nicht weißt schon mal unter dem video in der beschreibung da kommst du auf jeden fall zu den video kursen da ist alles zu dem thema erklärt ich muss vorsichtig vorbeifahren ich muss den gegenverkehr beachten ich muss mit ausreichendem seitenabstand vorbeifahren okay also ausreichender seitenabstand ist immer gut ja wir dürfen ja jetzt auch schneller als mit schrittgeschwindigkeit fahren aber mit einer gewissen vorsicht meine empfehlung ganz klar zweiter gang brems bereit es können immer noch leute über die straße rennen wir werden vielleicht in den gegenverkehr fahren müssen wenn wir an dem bus vorbeifahren wollen und ja vorsicht was heißt denn vorsicht mit fehlender anderen rechnen auf jeden fall also dass da leute über die straße rennen können sie fahren ein kraftfahrzeug mit manuellem schaltgetriebe auf ebener fahrbahn wie sollten sie schalten um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren ich vergleiche das ja immer ein bisschen mit dem fahrrad also hier als antwort möglichkeit haben wir so früh wie möglich hoch schalten so spät wie möglich zurückschalten oder gänge bis in den oberen drehzahlbereich ausfahren und dann erst schalten was bedeutet das ganze vor du sitzt auf deinem fahrrad und du schaltest so früh wie möglich hoch bedeutet du fährst los schaltet den nächsten gang gibt es ein bisschen gas schaltet in den nächsten gang da ist das ganze sehr einfach für dich würdest du stattdessen ich draufsetzen im ersten gang und richtig kräftig in die pedale hauen bis zur geschwindigkeit aufgebaut hast und dann erst schalten und wieder kräftig in die pedale und dann erst schalten da beschleunigst du zwar sehr gut aber du hast auch sehr viel energieverbrauch und das führt natürlich nicht zum umweltbewussten fahren oh entschuldigung jetzt habe ich glaube ich was falsches angekreuzt die frage ist ja wie wir uns verhalten sollen damit wir umweltfreundlich unterwegs sind so also so früh wie möglich hoch schalten und so spät wie möglich zurück denn umso später darunter schaltet desto schwächer ist die motorbremse umso weiter rollt das auto das würde ich jetzt auch nur für die theorieprüfung so ankreuzen im realen straßenverkehr trick von mir möglichst frühzeitig runterschalten wenn du siehst dass die ampel umgeschalten hat um viel energie zu vernichten damit du viel zeit hast bist du an der kreuzung bist damit du nicht anhalten musst aber das ist ein anderes thema wir kümmern uns jetzt darum auf jeden fall spät runterschalten früh hoch schalten damit das auto möglichst wenig kraftstoff verbraucht welches verhalten ist richtig okay wir haben stopp schild dementsprechend müssen wir warten wir haben den bus als links abbieger wir müssen den bus natürlich durchfahren lassen denn wir müssen vorrang gewähren wenn wir abbiegen wollen das heißt als allererstes fährt der radfahrer dann fährt der bus und als drittes fahren wir gibt natürlich auch fünf fehlerpunkte die frage also eine vorfahrts relevante frage sehr sehr wichtig ich muss den bus durchfahren lassen ja ich muss den radfahrer durchfahren lassen ja ich muss an der haltlinie anhalten und tatsächlich müssen wir auch an der haltlinie anhalten denn wir haben ein stopp schild und da muss immer gehalten werden welches verhalten ist richtig abknickende vorfahrtsstraße ich muss warten der radfahrer muss warten der radfahrer befindet sich auf der abknickenden vorfahrtsstraße genau wie wir aber wir verlassen die vorfahrtsstraße und der radfahrer bleibt auf der vorfahrtstraße dementsprechend hat der radfahrer vorfahrt wir müssen warten welches verhalten ist richtig ganz klar rechts vor links wir befinden uns vor dem lkw deswegen dürfen wir vor dem lkw fahren rechts von uns kommt keiner aber wir haben noch den radfahrer der gerade ausfährt wir kreuz uns mit dem radfahrer also müssen wir dem radfahrer wieder vorrang gewähren der blaue lkw darf zuerst fahren nein ich muss den radfahrer durchfahren lassen genau weil er vorrang hat vor fahrt haben wir aber vorrang hat in dem fall der radfahrer ich darf vor dem radfahrer abbiegen nein sie fahren mit tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten beleuchteten tunnel wie verhalten sie sich ja tagfahrlicht ist schlecht und das tagfahrlicht ist ja nur ein ganz schwaches licht auf der vorderseite des fahrzeugs und hinten ist das fahrzeug dann praktisch dunkel ich brauche kein licht einzuschalten oder ich schalte das standlicht ein du fährst niemals mit standlicht während der fahrt schalte das abblendlicht ein ja genau abblendlicht normalerweise erste oder zweite entschuldigung nicht erste normalerweise zweite position bei den lichträdchen es sei denn du hast noch automatik dann kommt standlicht dann kommt abblendlicht dann ist es halt die dritte position wie haben sie sich bei dieser verkehrszeichen kombination zu verhalten so das sagt ja das ist ein kreisverkehr du musst vorfahrt gewähren beim einfahren in den kreisverkehr ist vorfahrt zu gewähren richtig das verlassen des kreises muss durch blinken nach rechts angezeigt werden genau also dieses blaue verkehrszeichen darunter heißt kreisverkehr da musst du aufpassen es gibt auch ein paar fragen da siehst du einen kreis auf der straße wenn das nicht mit dieser verkehrszeichen kombination ausgestattet ist dieses bild dann ist es kein kreisverkehr das ist ein kreisverkehr so und dann ist es auch vorgeschrieben dass du aus dem kreisverkehr raus blinken musst aber nicht rein blinken darfst das einfahren nach links ist vorgeschrieben ja und jetzt pass auf du fährst zwar gegen den uhrzeigersinn im kreisverkehr aber in den kreisverkehr rein fährst du ja nach rechts nicht nach links kann mich erinnern diese frage habe ich sogar falsch beantwortet gehabt weil ich mir gedacht habe ja gut du fährst ja links im kreisverkehr aber reinfahren in den kreis tust du ja nach rechts also deswegen nur eins und zwei hier so jetzt sind wir im zusatzstoff der klasse b diese fragen bekommst du also nur wenn du den autoführerschein machst das bremspedal lässt sich bis zum fahrzeugboden durchtreten erst bei mehrmaliger betätigung wird der pedal wie kürzer was müssen sie tun ja das war genau das was ich am anfang versucht habe zu erklären du hast alte bremsflüssigkeit in deinem ja also alte bremsflüssigkeit in deinem fahrzeug die bremsflüssigkeit hat luft gezogen beziehungsweise wasser gezogen und deswegen gibt dieser bremspedal druck nach das ist sehr gefährlich was du jetzt tun solltest wäre fahrzeug sofort abstellen auf jeden fall denn wenn irgendwas mit der bremse nicht in ordnung ist dann hast du wirklich ein problem bremsflüssigkeit nachfüllen genügt auf keinen fall reparieren lassen ja reparieren lassen es kann auch sein dass die schläuche undicht sind aber meistens die bremsflüssigkeit einfach alt und wie gesagt bremsflüssigkeit ist hygroskopisch bedeutet sie zieht wasser an wenn du wasser einen druck aussetzt wenn es an zu kochen es wird warm und dann können sich luftbläschen bilden und dementsprechend hast du dann keinen widerstand mehr beim bremsen wie sollten sie sich hier verhalten okay wir haben eine unübersichtliche rechtskurve wir wissen also nicht was hinter der kurve passiert wir haben auch zwei unterschiedliche fahrbahn ja beschaffen halten die eine ist geteert beziehungsweise ausgebessert die andere hat kopfsteinpflaster ich sollte links an den fahrbahnschäden vorbeifahren ich sollte die geschwindigkeit stark reduzieren ich sollte auf meinem fahrstreifen weiterfahren du solltest immer auf deinem fahrstreifen bleiben auf jeden fall wenn da einer mit 120 entgegen kommt dann haben wir ein riesenproblem warum dürfen sie hier nicht überholen ja gut unübersichtliche links kurve ganz klar man weiß auch nicht was die radfahrer vorhaben die fahren auf einmal nebeneinander oder einer entscheidet sich aus der gruppe links abzubiegen dann ziehen alle hinterher weil die übersehbare strecke nicht ausreichend ist ja weil ich die mittellinie nicht überfahren darf doch die mittellinie darfst du natürlich überfahren die durchgezogene leitlinien darfst du nicht überfahren die darfst du auf jeden fall überfahren weil ich bei gegenverkehr keinen ausreichenden seitenabstand hätte ja das ist es auf jeden fall okay video gibt wieder fünf fehlerpunkte wir fahren knapp 90 kmh außerorts was passiert ich glaube es geht um einen überholvorgang ja genau also der radfahrer wird gerade überholt da kommt der lkw direkt auf uns zugeschossen so eine ähnliche situation habe ich tatsächlich schon mal erlebt glücklicherweise im auto nicht im motorrad war auch eine durchgezogene linie also die hätte er auch gar nicht überfahren dürfen bei mir war das halt so es waren ungefähr fünf autos im gegenverkehr und er hat halt diese autos überholt und er war komplett auf meinem fahrstreifen also genau vor mir und ich habe glücklicherweise keine leitplanke gehabt und habe mich dann entschieden rechts ins feld rauszufahren was auch sehr gut war denn dadurch konnte ich den frontal aufprall vermeiden und ja extrem gefährlich so wie verhalten wir uns bremse ich fahre möglichst weit rechts ich bleibe in der mitte meines fahrstreifens also natürlich geschwindigkeit verringern so gut es geht also viel energie rausnehmen wie es geht und natürlich möglichst weit rechts fahren und bei mir war halt möglichst weit rechts ich musste ins feld raus sonst hätte ich das nicht mehr geschafft durch eine technische änderung an ihrem fahrzeug ist die betriebserlaubnis erloschen mit welchen folgen müssen sie rechnen wenn sie das fahrzeug dennoch auf öffentlichen straßen benutzen also würde für dich zum beispiel heißen du schraubst dir andere reifen drauf andere felgen zum beispiel tust dein auto tiefer legen motor tuning irgendwas und das ganze ist nicht eingetragen oder du hast keine abe dafür was würde passieren mit einem eintrag im fahreignungsregister mit dem verlust meines versicherungsschutzes mit einem bußgeld diese rechtlichen fragen immer also technische änderungen fahrzeug die betriebserlaubnis ist erloschen das ist richtig wenn du was an deinem fahrzeug änderst dann muss es eingetragen sein in welchen folgen müssen sie rechnen wenn das fahrzeug dann auf öffentlichen straßen genutzt wird also bußgeld auf jeden fall verlust des versicherungsschutzes das ist auch richtig mit einem eintrag im fahr eignungsregister das ist eine gute frage ich schaue jetzt kurz nach ach man kann ja gar nicht nachschauen dass seine prüfung also fahreignungsregister würde ja bedeuten dass du punkte sammelst naja doch 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 natürlich natürlich bekommst du alleine schon punkte über abgefahrene reifen also wenn deine profil tiefe nicht ausreichend ist dementsprechend wenn du die falschen felgen drauf hast kannst du auf jeden fall auch punkte bekommen würde ich jetzt sagen doch wir kreuzen da alles an beziehungsweise ich habe ja gesagt wir gehen immer vom schlimmsten aus wir kreuzen alle drei antwort möglichkeiten an worauf weist dieses verkehrszeichen hin da gibt es ja drei stück von diesen kommt noch eins ja lpg kommt noch okay lpg weiß ich das steht für liquid also dementsprechend wasserstoff das kann ich gleich ankreuzen aber cng und dann gibt es noch irgendwas ich finde das verwechsel ich immer das verwechsel ich sogar immer cng und dann gibt es noch irgendwas die quatsch moment mal h2 gibt es noch moment 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 lpg das stimmt nicht lpg ist nicht wasserstoff h2 ist wasserstoff lpg das steht für liquid irgendwas und das ist es ist kein gas das müsste das ist kein erdgas autogas erdgas autogas cng hatte mal c war glaube ich fest ich mache jetzt einfach mal lpg für autogas lpg für autogas und cng für erdgas ich hoffe das stimmt so und wenn das so stimmt dann werde ich euch gleich erklären wie ich mir das gemerkt habe oder wie ich es mir ab jetzt merke so ganz kurz noch zu der frage welche dokumente müssen sie mitführen wenn sie ein zulassungspflichtiges kraftfahrzeug führen möchten du brauchst deinen führerschein und wenn die polizei dich auffällt die zulassungsbescheinigung teil 1 teil 1 ist der kleine er den immer dabei haben muss den kannst du dreimal falten und das sind die fahrzeugpapiere das ist das was der tüft braucht zum beispiel oder die polizei wenn du aufgehalten wirst du dass uns bescheinigung teil 2 das ist ein großes dokument die na 4 und das behältst du am besten bei dir zu hause im tresor irgendwo das ist sozusagen die besitzurkunde des fahrzeuges genau autogas lassen wir jetzt einfach mal so stehen die hinteren beleuchtungseinrichtungen ihres kraftfahrzeugs sind verdeckt was ist zu tun ein leuchtenträger mit allen hinteren beleuchtungseinrichtungen ist nur bei strecken über fünf kilometer anzubringen ein leuchtenträger mit allen hinteren beleuchtungseinrichtungen ist in jedem fall anzubringen ein leuchtenträger mit allen hinteren beleuchtungseinrichtungen ist nur bei fahrten bei dämmerung oder dunkelheit anzubringen ein du musst natürlich dem hintermann suggerieren dass du auf die bremse tritt ja dass du den blinker setzt dass du den rückwärts gegangen hast und dementsprechend ist auf jeden fall ein leuchtenträger also eine extra einheit mit beleuchtung anzubringen wenn deine beleuchtung verdeckt ist so letzte frage für heute sie erkennen nachts auf einer landstraße personen auf ihrer fahrbahnseite wie verhalten sie sich wenn sie durch ein entgegenkommendes fahrzeug geblendet werden okay auf unserer fahrbahnseite ich vermindere die geschwindigkeit und schalte fernlicht ein nein wenn ein fahrzeug entgegenkommt dann schalten wir das fernlicht aus damit der gegenverkehr nicht geblendet wird ich vermindere die geschwindigkeit und schaue zum rechten fahrbahnrand habe ich am anfang des videos gesagt nie in den lichtkegel reinschauen sondern immer am rechten fahrbahnrand orientieren denn fahrtrichtung ist auch gleich blickrichtung ich vermindere die geschwindigkeit und halte nötigenfalls an das klingt auf jeden fall auch gut somit haben wir alle fragen beantwortet jetzt geben wir mal die prüfung ab und schauen mal ob wir die fragen richtig haben ja null fehlerpunkte sehr sehr gut so ganz kurz noch mal zu diesem lpg und cng ich werde mir es jetzt so merken wir haben einmal lpg und soweit ich weiß steht l für liquid petrol zum beispiel ja also l steht auf jeden fall für flüssig und das merke ich mir auf jeden fall autogas ist flüssig ja wie im feuerzeug zum beispiel auch das auch flüssiges gas drinnen und cng das weiß nicht ist für mich irgendwie hört sich so ein bisschen härter an so cng und autogas bzw erdgas die erde ist ja auch hart harte worte hartes verkehrszeichen erdgas auch hart so versuche ich mir das jetzt zu merken als leichte brücke für dich pass auf gibt zwei fehlerpunkte bekommst du zwei von den fragen in der prüfung und du hast dann beide falsch sind schon vier das ist dann fast schon die hälfte wäre ein bisschen ärgerlich okay das war es für heute mit dem video wenn es dir gefallen hat lasse video einen daumen nach oben da abonniere den kanal um keine weiteren videos mehr zu verpassen und wir schauen dass wir jetzt drei mal zwei bis drei mal die woche live gehen immer 19 uhr schau doch mal auf meinem instagram account vorbei da poste ich dann immer ganz genau ob das klappt und welche uhrzeit aber normalerweise 19 uhr und ja dann sehen wir uns im nächsten video wieder ist dann bis zum nächsten video